Oh, Marcel, du bist auch einmal wieder verreckt? In einem Geschütz, oder was, ne? Ja. So, okay. Bin da dreimal. Wie man das gesehen? Aber immer wieder bei einem neuen Geschütz. Ich bin nur einmal in einem Geschütz verreckt. Ich mag den, der da laufen bin. Zwei, eins, Risiko. Dum dum. Ach nö. Hm. Hätt' ich auch mal anziehen können. Geh es auf die Haft, hier. So ungefähr. Aha, da wurde jemand ungefähr. Wo ist fliegen? Ja, und? Ich kann auch noch fliegen mit meinen Raketen. Oh, ich erklimm jetzt das Haus hier. Dann will das Haus erklimmen. Nee, klappt nicht so gut, wie ich mir vorgestellt hab. Ich gucke auf den Boden und da ist keiner. Er schießt mit dem Raketen-Waffe hier durch die Gegend. Ja, also blech alle. Es ist so gut, der wohnt da, für. Keine Sachen haben da mit einem Teilen gekippt? Ja. Ich habe nur 1-Hit-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck. Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck. Fing, Fing. Fing gebrochen. Hat Helmhissn geschüttt? Das Aus ist. Okay, dann kann ich jetzt durch stecken. Diek! Diek! I'm home! Jesus Christ, Sam! You have to blow everything up! Ah, he has a double shot! Okay, why are we not at all? Hm? Nein... Ich hab mich grad gefragt warum hier bei Waffen auf der Straße rum... Warum nicht? Es sind Waffen! Und? Wir liegen auf der Straße rum... Lass singen! Ha! Dummes Geländ! Oh ne... Hast du ein Auge ab? Ich hatte den Auge ab, da hab ich ihn weggeworfen... Auch schade... Willst du ihn haben? Ja... Profil gewonnen... Noch eine und hier gibt's... Hast du ne neue Schrotfeld? Ja, die lag da oben... Oh... Oh... Oh, hier hinten ist was mit dem Auto... Wie komm ich da hin? Oh, da ist ein fett... Das krieg ich! Geil! Einfach C4 drunter legen... Und... Tschüss! Schumla... Was denn? Ich bin doch dabei selber verreckt... Egal... Was halt wenn du's vorerst... Kommt das auch nicht... Sind Kugeln oben drauf... Also... Guck auf mich mal... Was? Muss hier rauf... Also so... Wo, wo, wo... Was? Wo? Moment... 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 Zack... Zack... Jetzt ist noch mal irgendwas... Was? Ich hab was! Den wollte ich gar nicht... Nein! Ah, fuck... I got the problem... Hier... Mit der Eisgelände... Ach... Mano... Gott... Hey, komm hoch mit dir... Nein! Wow... Geht doch... Ah... Hilfe! Das find ich echt nicht nett... Was die du kleinen Viecher gabst... So... Äh... Match Cookie... Du musst ja auf die Rolle... Und dann rüber... Und schießt das... Rüber und was? Rüber auf das... Ich meine... Auf die Container da... Und dann auf den anderen... Hallo Jens... Mhm... Sel... Ich hab was Nettes gesehen... Ich auch... Auf dem Dach... Äh... Du wirst auch nicht... Wenn du wieder hochkommst... Ich hab's geschafft... Ok, wie hast du's geschafft? Ich hab's auch schon geschafft gehabt... Du musst auf die Seitenrolle hier rauf... Also hier auf diesen... Seitlichen ran... Ja... Und dann oben auf die Mauer raufbringen... Also jetzt mal was gucken hier... Ich muss der linke seitliche Rand sein... Wenn du auf der Mauer bist... Musst du auf den ersten Container da... So... Steh ich jetzt? Jetzt musst du auf den Ventilator... Und dann auf die Mauer... Hm? Auf den Ventilator... Und dann auf die Mauer... Steh da... Das Ventilator... Einige Waffen... Ah... Fuck... Kann nicht so schwer sein... Ey... So... Wo ist das hin? Nein! Ist weit gesprungen... So... Und wie kommt man dann weiter? Boah... Ey... Auf das Vordach? Jetzt? Irgendwie springen... Nein... Ich spring grad nicht... Oder Raketen... Ja... Adrian... Ja? Hast du einen Plan... Wie man hier auf das Dach kommt? Ne... Okay... Es gibt keinen Lockenjob mehr... Das muss man wirklich so... Dann... Da rauf... Jetzt... Jetzt kannst du nicht mehr ran machen... Jetzt weiß ich wo... Moment... Ups... Ey... Hallo... Ey... Ach egal... Ich weiß... So... Da muss man drauf... Geht einfach nicht... Da muss man drauf... Nein... Marcel... Kommt man da oben ran... Hier... Über die Ventilatoren... Also... Über die Ventilatoren... Achso... Ich weiß nur... Da rauf... Jens... Hast du's? Jupp! Nein... Au... Alter... Ich... Fack dir lieber... Also... Ich... Kann... Irgendwie nicht vernünftig springen... Ich blitz überall runter... Ja... Was ist da für einer? Kanone... Ja... Was ist wo ist ein Kanone? Ey... Wie kommt man denn... Wieso komm ich da nicht dran? Jens... Bist du mit dem Sprint Jump oder mit dem normalen Jump? Normal Jump... Aus dem Stand da hoch springen... Ich hab einen drauf und nicht runter gemacht... Habe ich geschafft... Jum... Brauch ich nur noch Moni dafür... Die Kanonkugeln liegen da oben... Ja... Ich bin da nicht rauf gekommen... Ich komm da nicht rauf... Wo auch immer die nochmal waren... Yeah... Und... Wie ich sagte... Jetzt wurde weggebombt... Wenn man da raufkommt... Kann man bestimmt dann anders... Das war... Hals umdrehen... Danke... Äh... Achso... Ich dachte schon... Da wäre es jetzt da drauf... Raketen Jump... Ich hab keine Ahnung... Laufung... Moment... Nein... Rocket Jumps funktionieren nicht... Was soll ich die Kanonkugeln hier? Hier... Was soll die Kanonkugeln hier? Was soll die Kanonkugeln hier? Ja... Was soll die Kanonkugeln hier? Ist ja auch nicht so, als würde das fette Viech eine Kanonenkugel überleben, ne? Okay, ich trigger mal das hier hin. Wie zündet man? Ich seh nix mehr. Wir kriegen von hinten ein bisschen Gesellschaft. Von hinten? Schon ausradiert. Hier liegt aber noch gute Rüstung gerade. Okay, wir kriegen ein bisschen Gesellschaft. Jetzt kommen die fette Viecher da hin. Das ist ja nur noch so, denn jetzt geht es. Selbstmordaktion! Nein, der kommt zurück, die Kanonen. So, ich hab's geschränkt, das wie ich. Hast du überlebt? Ja. Ah, schade. Ah, okay. Schade. Ah, halt die Klappe. Ah, okay. Das ist weggegangen. Ich hab's mit einer Kanonenkugel abgeballert. Oder ich hab's gesprengt. Okay. Weil einfach ein Feind kommt. Ich könnte ihm aufhören. Halt jetzt gerade, oder? Nein, ich hab's schon gesagt. Oh, das war... Denkst du's, Marcel? Ja. Aua. Ja. Ja. Ja.